Intelligenter Killer entführt berühmten Filmstar. Genau, und der Film heißt... Star in Gefahr, scheiß Titel, passt. Dann ein Thriller... In der Gegenwart, dann Dramatik pur, Anspruch, ein bisschen Erotik auf mich fehlen, Spaß, naja, Liebe, naja, viel weniger Trauer, mehr Action, mittelmäßig Gewalt, nicht so viel Spannung da an der Drehort, machen wir eben Europa wieder, Europa auf die Kulisse machen wir... Ach, verdammt, hmmm... 3, 2, äh, machen wir das hier... Da, schaut doch gut aus... Dann Requisiten... Energie, genau... Nehmen wir mal... Ist eins da, machen wir das hier, passt... Spacial Effekte... Nicht viel, aber ein bisschen... Ja, nicht viel... Gute, also... Perfekte Künstleranimation... Blue Screen... Mach mal... Mach mal... 5%... Füßen... Film Agentur... Ist mein Hut dabei? Wo ist sie denn? Da... Mutitalent... Also, nein... Ich mein' doch den anderen, wo sind sie denn? Da... Und hast du Zeit? Yes! Und mit dir kriege ich meinen nächsten Oscar. Hoffentlich! Hast du Zeit? Yes! So, passt! Und wir nehmen den Spielsola Star in Gefahr. Sicher! Niklas Kach, der kennt doch den Psychokiller spielen, hm? Yes, er hat Zeit. Er darf mal entführen die... Angelo... Angelo... Entschuldigung... Was? Nein... Nicole Kidman, hast du Zeit? Yes! Komm! Dir gewinne ich wieder was. Dann nehmen wir mal ein paar... ein paar... 20 Statisten. 50 Stat... Ja, 50... Mal sehen. Hier sind natürlich die Besten und der Besten wieder. Hier auch. Musik. Nehmen wir mal wen anders. Nehmen wir mal... ganz los. Schon nie... Engagieren? Yes! So! Zurück ins Filmstudio. Und haben wir alles. Kostüme. Yes! Filmgruppast. Obwohl, könnt ihr noch einen... Hauptdarsteller mitnehmen. Mit dem Polizisten spielt und so. Ein Polizisten. Hm... Ein Erfänger. Yes! Passt. So, dann... Hm... Drehstamm. 77 Tage. Machen wir ein bisschen mehr raus. Yes! Tür. Schieffert. Es ist ein... Das ist ein... Drehstamm. Es ist ein... etwas... Drehstamm. Ich kaufe jetzt auch wenig Platz allen hier, so soll es sein, so muss es bleiben. Platz 1 geblieben, passt! Nach zwei Drehtage verstiebt sich der Film, die Dreharbeit näher. Immer diese Gerüchte, nein! Oh nein, Platz 4, nein! Illusionen, 6,6 Millionen Besucher, what the fuck! Was ist denn der Film? Oh scheiße! Was ist denn der Film? Was ist denn der Film? Was ist der Film? Was ist denn der Film? Was ist denn der Film? Was ist denn der Film? Der Film war in drei Wochen mehr Besucher als ich. Gesamt. Oh Mann! Hey, so wie in Zukunft ist Teil 4! Tschüss! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Knapp 5 Millionen nach 3 Fibon. Oh man! Der Film kommt bestimmt in die Alltime Charts! Bestimmt Top 5! Oh nein! Warum laufen die Filme jetzt in 12 Wochen? Was ist hier los? Ah, die letzte Woche hier! Platz 5. Nur 18 Millionen. Oh man! 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 Soh man! Und immer noch! Huh! Ui! Neue Filme! So! W الف noch? Ja? Noch 38 Drehtage! Ich kann dir mal einen Film verleihen und mal vier neue Filme. Illusion. Sechs ständig Film, ja klar. Ein Familienfilm, hm. Cheer. Jack Nicholson. Ach du gut, die Änderung. Hm. Lion. Nicht Fiketten, Lion. Heilliche Lügen, Lion. Einmal Himmel und zurück, Lion. So. Info. Ich muss hier den hier da rein tun. Hm. Warte mal. Der hat. Fünfe, Fünfe, Fünfe. Fünfe. Muss hier meiner da rein tun. Und den da. Und dann den hier. Und den da. Und dann den hier. Und den da. So. Siegen Wochen. Obwohl. Wie lange brauche ich noch? 37 Tage. Vier, fünf Wochen. Huh. Schauen wir mal schon. Schauen wir mal schon. Einen Tag. Geht immer. Warte, mach ich. Warte, fünf Wochen. Wir machen den. Da. Sechs Wochen. Und wir wollen uns schauen, dass der Auslauf dann. Fünfe, fünf Wochen. Genau. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie schaut's denn hier aus? Ich brauche mindestens noch 7 Millionen, also 8 Millionen Besucher. Und hier brauche ich noch 15 Millionen Besucher, die schaffte ich nicht mehr. Was macht Alan Terminator Verlust? Der Technic World hat 98 Millionen, die war Gewinn gemacht bis jetzt. Hey, du hast Gewinn 88 Millionen und der 16 Millionen 26 Millionen. Hm, passt schon, passt schon, passt schon. Oh. Oh. Ich muss sagen, nein. Hahahaha. Doch, High for that. Hm. Do you see these guys? Hm, what did he do? Hey, you're seeing me right now. Yeah, I got to see them. Hey, warum sind die Böster, als ich, was meine Tächste blöden? Nein! Die Falle. Die Falle. Die Falle. Musik Chliken. Musik Schlipp-